Hallo meine Lieben, jeder Mensch hat eine Aura. Diese verändert sich mit den täglichen Emotionen. Dennoch strahlt die Aura eines jeden Menschen eine Grundbasis aus. Du kannst mit deiner Aura die Menschen beeindrucken und verzaubern, denn sie ist deine starke Persönlichkeit. Deine Aura ist von einem strahlenden Lichtschein umgeben und macht dich unwiderstehlich. Die Sonne bringt den Kern deines Wesens, deine Stärke und deine besonderen Seiten zum Leuchten. Es ist eine machtvolle Präsenz, die deine Aura ausstrahlt. So werden ungeahnte Kräfte in dir mobil. Das möchte ich euch in den nächsten Videos erklären und jedes Sternzeichen mit der Aura vorstellen. Höre, was das Horoskop und die Magie der einzelnen Sternzeichen ausmacht. Zunächst heute für den Widder, den Stier, Zwillinge und den Krebs. Zum Widder. Der Widder erträgt nicht den geringsten Widerspruch. Das erfüllt ihn mit schlechtem Gewissen und Selbstverwürfen. Seine Aura strahlt mit Kampfgeist und Entschlossenheit. Verblüffend ehrlich, manchmal aber auch beleidigend. Die offene Art ist der Kern seines Wesens. Er sollte zu seiner Persönlichkeit stehen. Die Kraft seiner Aura ist Begeisterung und Optimismus, die ihn stärken. Er lässt die Menschen wissen, dass ihn nichts aus der Fassung bringen kann. Und das ist beeindruckend. Der Stier. Der Stier funkelt vor Sinnlichkeit und gibt ihm eine zauberhafte Ausstrahlung, mit der er die Menschen betören und verführen kann. Seine Aura strahlt ein Gefühl von Vertrautheit und Freundschaft aus, wie auch Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Und das, genau das ist seine Stärke. Die Kraft seiner Aura ist verführerisch und fasziniert die Menschen. Wer ihn kennt, ist verzaubert von seinem Lebensmut und seinem Selbstvertrauen. Beim ersten Kennenlernen sind die Menschen wie hypnotisiert von seiner Ausstrahlung. Nun die Zwillinge. Zwillinge verzaubern mit einem sonnigen Charme, die die düsteren Stimmungen von ewigen Schwarzsehern überstrahlen. Ihre gute Laune wirkt ansteckend. Ihre Aura strahlt Heiterkeit aus und vermittelt Lebensfreude. Und das bringt beschwingte Leichtigkeit in die Tage. Sie werden bewundert und man sucht ihre Nähe. Sie finden immer das richtige Wort in jeder Situation. Die Kraft ihrer Aura mit ihrem Selbstbewusstsein, was sie ausstrahlen, gibt ihnen Führungsqualitäten, worauf man bauen kann. Sie haben eben das gewisse Etwas, das ihnen ihre Aura vermittelt und andere Menschen in sich ruhen lässt. Nun der Krebs. Der Krebs fühlt sich zu allen Schwächeren hingezogen. Aber sie ziehen sie auch magisch an, wie zum Beispiel die Versager oder Spieler. Aber mit deren Probleme werden sie auch runtergezogen. Mit seiner Aura strahlt er Geborgenheit aus und vermittelt Fürsorge, wie auch umarmende Gefühle, mit denen schwache Menschen sich aufgehoben und aufgefangen fühlen. Doch was bringt es ihm? Selbstbewusstsein, womit er in seiner und dieser Rolle auch wachsen kann. Dann ist er über die Probleme des Alltags zufrieden. Die Kraft seiner Aura vermitteln Stabilität und Halt, was der Familie und dem Partner neuen Auftrieb geben kann. Auf einer soliden Basis wächst er über sich selbst hinaus. Dieses waren nun die ersten Sternzeichen und deren Aura. Im zweiten Teil geht es weiter mit den Sternzeichen Löwe, Jungfrau, Waage und Skorpion. Bis dahin, herzlichst eure Derea. Bis dahin! dann, Vielen Dank.